Moin moin und schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Jahr gab es mal wieder sehr, sehr viel Pressearbeit zum Thema Sexarbeit. In den letzten Wochen habe ich aber auch viele Vorträge gehalten, beziehungsweise an Podiumsdiskussionen teilgenommen oder ähnlichen Frageformaten. Alles in allem macht das Ganze auch echt eine Menge Spaß, aber es gibt so ein paar Fragestellungen oder Haltungen, bei denen muss ich ehrlich sagen, die gehen mir wirklich auf die Nerven. Aus dem Grund werde ich mich heute mal hier ein bisschen auskotzen, ich hoffe, du verzeihst es mir, und in Zukunft kann ich mir nämlich die Luft sparen und einfach sagen, weißt du was, guck dir das Video an. Aus dem Grund, lass uns gleich loslegen. Manche Menschen fragen durch die Blume, andere dagegen sind wieder ganz direkt. Ist Sexarbeit nicht würdelos? Verliert man dadurch nicht seine Würde als Mensch? Ich persönlich finde diese Fragestellung höchst problematisch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, dass durch die bloße Existenz jemand Würde hat, Menschenwürde, und damit einher gehen Menschenrechte. Die eigene Würde kann verletzt werden, zum Beispiel durch Straftat. Wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Opfer eines Attentats geworden ist, gehen wir ja nicht her und sagen, derjenige hat wahrscheinlich jetzt weniger Würde als vorher. Auch bei Vergewaltigungsopfern stellen wir nicht die Frage, hat diese Person nun weniger Würde nach dieser Tat? Wir wissen ganz genau, dass diese Fragestellungen kontraproduktiv sind und den Betroffenen nicht weiterhelfen. Ganz im Gegenteil, wenn wir einmal schauen, diese Argumentation wird oftmals von Faschisten benutzt. Wenn man sagen möchte, das eigene Volk ist viel besser als alle anderen Völker, zieht man oftmals genau diese Argumentation heran, um darauf aufzubauen. Deswegen bin ich der Meinung, dass wenn wir Würde zur Diskussion stellen, wir diesen Menschen genau in die Hände spielen. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht noch den Begriff, die Öffentliche. Öffentliche. Der ist schon ganz schön veraltet und ist ein Begriff für Sexarbeiter. Auch der Begriff Prostitution leitet sich aus dem lateinischen Wort für zur Schaustellen ab. Und ich meine so unter uns, wenn jemand schon Werbung für Sex mit sich macht, dann dürfen wir ja wohl auch alle Aspekte ganz genau beleuchten und zur öffentlichen Diskussion stellen. Oder? Was meiner Meinung nach immer wieder vergessen wird, ist, dass wenn wir über Sexarbeit und Sexarbeiter sprechen, wir nicht nur über einen Berufsstand sprechen, sondern auch über die Sexualität des Individuums. Die steht nämlich immer dahinter. Es ist völlig egal, ob jemand sagt, das ist mein Traumjob oder es hat mein Broterwerb oder jemand in einer misslichen Lage ausgenutzt wird. Es hat immer mit der eigenen Sexualität dieses Individuums zu tun. Diesen Aspekt vermisse ich oftmals in der Gesetzgebung, aber auch in der öffentlichen Diskussion, die oftmals sehr voyeuristisch wirklich alle Aspekte versucht, nach außen zu zerren. Und natürlich sind auch solche Fragen wie, ist das nicht ekelhaft, Sexarbeit zu machen, höchst anmaßend. Das ist ungefähr so, als würdest du einen Schwulen fragen, ist homosexueller Sex nicht ekelhaft? Beim Thema Sexarbeit haben sehr viele Menschen wirklich utopische Ansprüche an diesen Beruf. 100% Freiwilligkeit ist zum Beispiel so etwas, was ich immer wieder höre. Und das bedeutet im Klartext, wenn du keine Millionen auf deinem Konto liegen hast, dann arbeitest du halt aus wirtschaftlichen Zwängen. Und nun ja, Zwang ist ja Zwang. Und Freude sollst du an deinem Beruf haben, jeden Tag, zu jedem Zeitpunkt, mit jedem Gast. Und falls du nicht jeden Morgen freudestrahlend auf deinem Schlüpfer in den Puff rodelst, ja dann, dann ist das doch bestimmt ein Fall von Zwang oder Krankheit. So oder so. Definitiv aber von nicht zumutbaren Arbeitsbedingungen. Ziemlich utopische Vorstellung. Denn sind wir mal ehrlich, kannst du das alles von dir und deinem Beruf behaupten? So, ich habe jetzt erstmal genug gemeckert. Aber ich bin mir sicher, dass mir schon bald wieder jemand über den Weg läuft und neues Futter für solch eine Folge liefert. Welches Argument nervt dich eigentlich bei der Sexarbeitsdebatte am meisten? Bei der Diskussion? Was bringt dich auf die Palme? Es würde mich sehr freuen, wenn du das einfach mal unten in die Kommentare schreibst und wir uns dann noch ein bisschen austauschen. In dem Sinne, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Sonntag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.